Musik Keules Knöpsel ist das Kita-Projekt des 1. FC Union. Wir kommen einmal in die Woche in Kindertageseinrichtungen und führen dort Tobestum durch. Mit offenem Visier steht er hinterm Zuckertor. Hoee, hoee, ole, ole, ole. Unser Ritter Keule ist stets mit dabei. Und sein Herz schlägt Eisen in der alten Försterei. Unser Ritter Keule braucht kein Megafon, denn sein Herz schlägt bumm, bumm, bumm. Wir heißen Union. Wir wollen für die Kinder ganz, ganz viele Bewegungsanlässe schaffen. Genau deshalb kommen wir in die Einrichtung, um mit den Kindern eine Bewegungsschulung durchzuführen, die kindgerecht und spielerisch angelegt ist. Weil die Unioner sind. Hoee, hoee, ole, ole, ole. Die Kinder kommen in Kontakt mit dem 1. FC Union Berlin. Sie lernen Trainer kennen und sie sammeln natürlich ganz viele verschiedene Bewegungserfahrungen. Unser Ritter Keule steht mit dabei. Und sein Herz schlägt Eisen in der alten Försterei. Unser Ritter Keule braucht kein Megafon, denn sein Herz schlägt bumm, bumm, bumm. Und sein Herz schlägt bumm, bumm, bumm. Und sein Herz schlägt Eisen in der alten Försterei. Unser Ritter Keule braucht kein Megafon, denn sein Herz schlägt bumm, bumm, bumm. Und sein Herz schlägt bumm, bumm, bumm. Und sein Herz schlägt Eisen in der alten Försterei. Dann melden Sie sich bei mir. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihr Henrik Brüse. Weiters Union 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 Weiters Union